Es gibt Menschen, die sind unheilbar krank, haben unvorstellbare Schmerzen und wünschen sich nichts Sehnlicheres, als aus dem Leben zu scheiden. Und deswegen suchen sie nach Menschen, die ihnen beim Sterben helfen. Doch diese Sterbehilfe, die ist verboten in Deutschland. Es gab den Paragrafen 217 Strafgesetzbuch, der verbietet es gerade, Menschen, die sich töten wollen, zu helfen. Menschen, die unsagbar krank sind, die haben jetzt geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht, genau dagegen. Sie sagen, ich habe ein Recht darauf, selbst zu bestimmen, wann mein Leben zu Ende gehen soll. Und das Verfassungsgericht hat eine, wenn man so sagen will, traurige Entscheidung getroffen, aber auch eine schwere Entscheidung. Seht selbst. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und das, was das Bundesverfassungsgericht heute entschieden hat, das hätte ich nicht entscheiden wollen. Es geht um nichts Geringeres, als um die Frage, ob unser Staat Leben um jeden Preis schützen muss. Müssen wir also auch Menschen schützen, die für sich selbst entschieden haben, nicht weiter leben zu wollen? Genau um so eine Frage ging es bei der heutigen Urteilsverkündung. Geklagt hatten Mediziner, Sterbehilfeverbände und schwerkranke Menschen, die sich dabei helfen lassen wollten zu sterben. Unter anderem hatte geklagt, ein Mann, der eine schlimme Krankheit hat, eine Lungenkrankheit hat, die sehr sicher dazu führen wird, dass er irgendwann ersticken wird. Und er hat gesagt, diesen Moment, in dem ich diesen qualvollen Erstickungstod erleiden werde, dem will ich vorgreifen. Ich möchte noch nicht jetzt mich selbst töten, aber ich möchte das Recht haben, zu gegebener Zeit zu entscheiden, dass ich nicht mehr weiterleben möchte. Und ich brauche dann eventuell Menschen, die mir entsprechend tödliche Medikamente zur Verfügung stellen, um meinem Leben ein Ende zu setzen. Aber genau dieses Zurverfügungstellen tödlicher Medikamente, das ist verboten in Deutschland. Das wäre nämlich eine unzulässige Sterbehilfe. Das ist noch gar nicht so ganz so lange verboten, jedenfalls nicht das Geschäftsmäßige zur Verfügung stellen solcher tödlichen Medikamenten oder dieser Hilfe. Erst seit 2015 gibt es einen Paragrafen, den will ich euch mal zeigen. Das ist Paragraf 217 des Strafgesetzbuches. Dort heißt es, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also derjenige, der das verschafft, der muss geschäftsmäßig handeln. Das heißt aber nicht, dass der damit unbedingt Geld verdienen muss, aber es muss zum Beispiel auch ein Verein, der so eine Sterbehilfe ermöglicht, der wäre nach Paragraf 217 Strafgesetzbuch verboten. Und genau um diese Norm, Paragraf 217 Strafgesetzbuch, diese Strafnorm, drehte sich heute das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Verfassungsgericht hat gesagt, die Norm ist verfassungswidrig. Die Verfassung, so sagt das Verfassungsgericht, schützt das Recht auf Leben, schützt allerdings auch das Recht des Einzelnen, entscheiden zu können, wann das Leben zu Ende ist. Und ich habe ja vorhin gesagt, es ist eine traurige Entscheidung. Naja, klar, weil es erstmal ein trauriger Entschluss ist, den ein Mensch dort fasst. Für den Menschen selbst ist aber vielleicht der Zustand, in dem er sich befindet, wenn er diese Entscheidung trifft, traurig. Und insofern ist das für die Menschen sicherlich eine eher positive Entscheidung, weil sie sagen, das ist für sie die Erlösung. Aber der Chef des Bundesverfassungsgerichts, Herr Voskuhle, hat gesagt, dass ihnen die Entscheidung natürlich auch nicht leicht gefallen ist. Sie haben aber letztlich das Ganze auf Artikel 1 und Artikel 2 unseres Grundgesetzes gestützt. Da sind die Persönlichkeitsrechte geregelt. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, damit ist auch geregelt, die Freiheit, sich das Leben zu nehmen. Was auch ganz spannend ist, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, man darf jetzt auch nicht irgendeinen Riegel davor schieben als Gesetzgeber und sagen, ja, okay, dann geht das eben, dass man Sterbehilfe leistet, aber nur, wenn man ganz schwer krank ist oder einen ganz hohen Grad der Erkrankung hat, nur dann geht das. Davon kann man es nicht abhängig machen. Das ist das freie Recht eines Einzelnen und das ist von unserem Grundgesetz entsprechend geschützt, so sagt das Bundesverfassungsgericht. Ebenfalls sagt das Bundesverfassungsgericht, wird in die Grundrechte derjenigen eingegriffen, die helfen wollen. Also auch da gibt es auch die Möglichkeit, dass man helfen will. Auch das wird vom Grundrecht getragen. Und einen entscheidenden Satz, den der Vorsitzende des Verfassungsgerichts, Voskuhle, gesagt hat, den will ich euch mal hier zitieren, weil er wirklich staatstragend ist. Er sagt, zu dem, der den Wunsch hat, sterben zu wollen, wir mögen seinen Entschluss bedauern. Wir dürfen alles versuchen, um ihn umzustimmen. Wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren. Und da kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut. Das ist natürlich, da weiß man schon, warum die Jungs da sitzen beim Bundesverfassungsgericht, weil sie, glaube ich, schon die Rechte ganz gut abwägen können. Und dann sagen, okay, der Staat schützt uns auch, schützt unser Eigentum, schützt unser Leben, schützt uns auch vor Eingriffen des Staates. Aber irgendwo hat das ein Ende, wenn wir sagen, das Leben soll ein Ende haben. Es ist für uns nicht mehr Lebenswert. Und das muss man ja sagen, das ist das Erstaunliche hier, ohne Wenn und Aber. Aber es kommt nicht darauf an, dass man da schwer erkrankt ist oder so. Das heißt, da sagt der Staat, da sagt das Verfassungsgericht, das kann nicht von irgendwelchen materiellen Kriterien abhängig gemacht werden. Aber, und das ist auch ganz wichtig, das Verfassungsgericht sagt auch, die Suizidhilfe kann reguliert werden. Da werden auch direkt Vorschläge gemacht vom Verfassungsgericht und man sagt, es soll Aufklärungs- und Wartepflichten geben. Das ist in etwa so wie beim Schwangerschaftsabbruch. Auch da gibt es ja gewisse Aufklärungspflichten. Auch da, weiß ich nicht, ob es Wartepflichten auch da gibt, könnte ich mir aber vorstellen. Jedenfalls hat man da den Vorschlag gemacht, man muss die Menschen erstmal aufklären, muss mit denen sprechen, man muss beraten. Und erst dann kann diese Sterbehilfe entsprechend auch realisiert werden. Es ist so, dass man im Moment offenbar nur die Möglichkeit hat, einen Arzt zu bitten, ihnen dabei zu helfen, zu sterben oder ins Ausland zu gehen. Und da sagte auch der Bundesverfassungsgericht, das ist eigentlich kein Zustand. Wichtig ist auch noch, dass nur die Hilfe zum Suizid künftig erlaubt ist. Nicht die aktive Sterbehilfte, will ich euch auch zeigen, die ist nach wie vor verboten. Ist in § 216 Strafgesetzbuch geregelt. Tötung auf Verlangen nennt sich das. Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. Also wer jemand auf Verlangen tötet, zum Beispiel jemanden, der sich überhaupt nicht mehr bewegen kann, der kann selbst dafür ins Gefängnis kommen, weil er eben aktive Sterbehilfe geleistet hat. Etwa weil er eine tödliche Spritze gesetzt hat. Was erlaubt wiederum ist in Deutschland, ist die sogenannte passive Sterbehilfe. Da geht es um den Verzicht von lebenserhaltenden Maßnahmen. Also meinetwegen Abschalten von Geräten und dann wird jemand nicht weiter künstlich beatmet. Das ist erlaubt, dass man sagt, okay, wir haben ihn hier nicht getötet, sondern wir haben selber geschaut, ob der Körper das noch gepackt hat oder eben nicht gepackt hat. Ansonsten wird das Urteil natürlich von den Sterbehilfevereinen zunächst mal begrüßt. Jetzt wird allerdings auch die weitere Forderung gestellt, naja gut, da muss auch gleichzeitig das Betäubungsmittelgesetz geändert werden, denn irgendwoher müssen ja diese tödlichen Medikamente beschafft werden, die dann von Sterbehilfevereinen wieder zur Verfügung gestellt werden. Ja, also eine sehr schwierige Entscheidung, die das Verfassungsgericht treffen musste. Insofern bietet das vielleicht für euch auch einen gewissen Diskussionsstoff. Ihr könnt hier unten in den Kommentaren darüber diskutieren, wie ihr darüber denkt, was das Verfassungsgericht hier entschieden hat. Traurig für uns Menschen, wenn jemand aus dem Leben scheiden möchte, aber vielleicht nachvollziehbar für denjenigen, der dann entsprechend entschieden hat. Und so jedenfalls hat das Verfassungsgericht heute geurteilt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt dann noch zwei Videos, die euch interessieren könnten. Wir sehen uns morgen auf dieser Kanal schon wieder. Tschüss und bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.